Ja, wir haben kollektiv entschieden, keine Unmod zu machen. Also, Rhin, ich sehe noch keine Champ-Select, ne? Oh, warte, ach so, ey. Oh mein Gott. Ja, hab ich ja gesagt, direkt Rhin, ne? Als ich mit einem Freund gezeugt habe, die Tage, wo sich letztendlich 4 Minuten waren, hab er auch Bottling gecued, war ein großer Fehler. Oh Mann, da hat er jetzt Jungler keinen Flash, ne? Ja. Du kannst vor allem nicht wechseln, du hast dann immer was mehr dabei hast. Irgendwie sieht's nur aus, dass wir mit Bottling spielen. Äh, bin down für alles, also ich spiel alles Bottling. Also, ich hab nicht so Lust auf Elysium, muss ich sagen. Ja, dann, also bei dem Modus ist das legit komplett egal, so. Mach, was du Bock hast, ich wünsche mir noch irgendwas, was vielleicht dazu passt. Ich geh mal von Niko, glaub ich. Jetzt willst du mir weniger First-Time-Biego. Wenn du ADC willst, kannst du auch ADC. Kann ich, ich support. Von mir ist Wurst. Verschau. Boooo, ihr seid ihr beschlepplich. Pass los. Ne�ann, egal irgendwas, ich könnte Gwen spielen. Haste da öm wir nachgeschaut wie ein Sound und sowas, passt das alles? und euch irgendwie hört sich gut an weiß ich hab mir brauchen der polnach ein bisschen unterhaltung sehe mich auf hast du stolz wie er nicht oder wie sie das jetzt kann man jetzt in game dann auswählen muss ich jetzt gleich drei und dies vorgeschlagen wenn es los geht dann hast du kurz zeit um die auszuwählen und dann hast du für den rest des spiels ich hab mich dann machen wir das Ich hörte schon Flipper, okay. Niemand als CK-Fan. Ich bin einfach froh, ich seh's grad einfach im Stream, dass ich nicht der Einzige bin, der einfach wie Bekloppt immer diese Dinger umschaltet. Das ist wichtig, deswegen Ape-Drehen. Ja, das denk ich mir auch immer. Aber ihr macht schon auch im Muster, oder? Ja, aber ich mein's, also in dem Game bin ich cleaner als Jannis. Ja, echt jetzt? Ja, warte mal, ich bin auch grad außer Form. Ja, ja, jetzt kratzt das gut aus. Nein, ich hab mich da verpasst. Ado, du spielst mit einer höheren DP als ich. Das seh ich, ich hab bei Spielern relativ low. Ich hab auch low, warte mal. Richtig hoch, oder was? Was? Ja, okay, keine Ahnung, ich weiß nicht wie low die ist. Ich hab 3700. WTF? Alter, Vego mit Olaf Ulti. Oh mein Gott, ist das gut. Soll ich lieber mit Olaf Ulti, Bart oder Yon Ulti? Erstmal Garen mit, ähm, Doktor und Ulti. Das ist ein Leister nicht, Vego. Ja, Olaf oder Yon, glaub ich. Ja, ich glaub Yon ist geil, oder? Ja, ich glaub ich sogar auch, ja. Weil Olaf, glaub ich, einfach dead will ich so. Bring in Gage. Ja. So viel CC haben die Gegner auch nicht. Was muss man hier holen soll? You have 1, Ben. Boah, ich hab mir so komisch geil als das. Ja, immer. 100 über. Und so, was macht man das Bills? Und so, was macht man das Bills? No, man fängt nur Level 3 an, 0. So, ich hab. Rell old, bei neul. Also, wir haben CC irgendwie. Ja, das stimmt. Also, mit uns haben wir das Bills dann quasi, weil... Ohne haben wir die Jits so ziemlich gar keine. Ja, doch, ich hab. Ach nee, ach wait, du bist Niko. Ah, du bist Niko. Weiß Wego. Keine Pots? Hä? Natürlich gibt's keine Pots? Doch, doch. Hä? Jederdings ist das drinne. Ach klar. Hast du schonmal, äh, 20, 21, glaube ich gespielt? Nein, hab ich nicht. Echt nicht? Wait, wie lang musst du's geoptäten? Nein. Oh shit. Ja. Ja. Sehr gut, ne? Es gibt mythic Items und... 5 neue Items und... Ich hab auch schon komplett Outplayed hier oben. Ich hab keine Lust mehr. Die macht mich einfach 1, Költen aus. Ja, wenn Level 1 ist so, okay. Oh mein Gott, ich hab jetzt Flash auf der falschen Taste. Das ist weird. Das ist richtig weird. Ja, das ist... ...heda, aber... Ne, halt. Oh, ich muss das umstellen. Holy shit. Das verwirrt mich jetzt schon, und ich hab's noch nicht mal benutzt. Mosh. Okay. We take those. Eben Steinbau, komm. No. Yes. No. 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 ist miss weil ich war jetzt richtig rein okay nix und flash raus also wenn ihr hier willst ich mache die kränke nach und dann so schwierig befindet obwohl die post ich kann dann Bei dir hat er kein Flash. Ah, nice. Ja, sollten wir haben. Schmeeeck, Karin. Fuck. Boah, jetzt ist ein schöner... Hast du gesehen, wo die Shyvana hingegangen ist? Die ist topside raus, die ist topside raus. Ahja, okay. Ähm, was kaufe ich mir eigentlich? Ähm, Coordrinker für Olof. Das wird ja alles vorgeschlagen mittlerweile. Das ist ja League für Doma. Alter, mein Shop ist jetzt zu weit oben, willst du mich verarschen? Nee. Kann ich nicht mal runterziehen? Nein! Jo, Viego mit Dings Ulti ist aber auch geil. Jo. Nieke, nieke. Nicht Probystem. Oh Gurusant ist man denn. Oh, shit... Ist noch weak! Ein schöner LQUALITY GARRON jetzt, oder? Grundstellers villagers lieben, ob du- Boardyyy mal first. Erstmal 됐 dann Wo Serath juegos Interviewees aufb- Ich will ja nur Infinity I zu spät. Ich hab schon Last gekauft. ja nö also das bläde du erst mal bei brawler store nicht das bläde das bläde für pussis und dann schön warum sie also sieht der journal jetzt immer anders aus also naja in dem dunklen oder was dann würde ich mir auch so leute das bergte so muss was bringt das leck bei mir wie sonst was und wenn man so ruckelt das auch gesagt auch wenn man mit sie überhaupt nicht durch es gibt nicht so ein PC sei voll gut ja wo sonst aber ich habe dann auch beim jobs es ist irgendwie so angenehm dass man mein spielmodus hat er nicht komplett anders ist sondern wurde einfach nur eine sache verändert werden irgendwie ist das spiel muss noch nicht so beliebt ja also ich habe old und auch noch eine old also easy ich bin aber es ist geworden wie geht das runter ja aber das ist glaube ich sich immer müssen ach so ist das noch keine ulti ne jetzt habe ich und ich komme hier über den spirit dingsee ja wenn sie wenn sie pusht hey ich warte ich warte kann man sie gibt wahrscheinlich bs oder ok dann mach ich blue barf ja ja sie gibt es ja ja ok dann machst du ein ruhiges kennen das herr normalerweise sind ja schon 20 kills eigentlich im spielmodus komm jetzt mit lehren mit nocturn ulti jo die hat auch holt aber ich habe kein ulti grad aber ich habe jeder beide die jetzt aber einfach komplett um das ist ja komplett das leg mal eine lane einfach komplett rein oh shivana ok aber die smith die kommt auch runter ne die gwen nix na ja ich hab keinen bock mehr auf top lane ja ich hab keinen bock mehr auf top lane lass mal den love card raven bleiben oh ich bin on the way shivana kommt auch ich fange die shivana ab wägt ja absolut nicht worth weil die ungefähr 20 millionen minions da oben aber ist ja egal das ist ja das ist ja die ulti hat das natürlich ein bisschen aber hier kriegt man auch schneller gold ne ja jo jo du kriegst irgendwie drei pro tic oder so komm mal runter komm mal runter komm mal runter komm mal runter wenn man fest hat das ist mit diven ich hab grad alles rausgekommen aus ich habe das ist mir egal das ist diven das stimmt hat er die ganze zeit xp gekriegt schon gewonnen wenn er der 6 ist naja das stimmt ja tut ach wo warst du war der hä? ja war die ganze zeit auch ja ich stand immer hier hinten und wir konnten aber auch nicht wirklich damage machen ich hab dir mich schon gesehen ja ich weiß ja nicht anders ich weiß schon ich komm auch 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 ich mach mal die wave zu ähm kann ich den kann man die drachen alleine machen ja ne ok so ja ob's wenn ich was sonst noch in diesem unheiligen land hier passiert oh nein oh nein den land om nom 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 ich glaub jetzt auch rausgekont hier aber ich hab aber die O-Noten noch ab oh easy snack damit len jo na hier ein bisschen verloren oh wo hast du denn ja ja weil die fangen wir ab oh ich hab schon wieder verloren schon wieder ein bisschen verloren doch nicht ja dann mit 9 Leute ey das ist doch so dumm das ist doch richtig geil das freu mich jetzt schon wenn ich items hab alter ich fahr ja komplett über die drüber einfach oh ich komm runter ich kann mich brawly runter ja die kann ich killen ja die kann ich killen oh wow ich bin grad durch den Tunnel gegangen ja die sollte ziemlich dead sein jetzt oh oh also ich kann nur einfach nur bei ja okay komm halt zu mir gute Idee oh no okay zum disengage ist die ulti kriegen wir die? oh oh sei doch flash lass mich die hier hin sie ist okay sie ist in ihr verderben gelaufen oh wow ne macht ja gar keinen damit schlug ah gönnt ihr ich geh base die rätst jetzt aber über den Haufen oder ja ich gebe ihnen kein assist nehm dir die wave noch ruhig haha ich nehme die hier oben die oh warte mal ich glaube ich sterbe an der wave oder? ne oh no kill sie so schmeckt aber gar keine platings mehr da ist ja ne ja scheiße on the way wie bei der Wand hier drübs? ja wie bei der Wand auf der Wand raus? ja wurde mit den Pumis raus Lass doch mal Mundo Yumi in dem Modus spielen. Ich will nicht Yumi spielen. Ich kann auch Yumi spielen. Ich hab Yumi nur, glaub ich nicht. Ich glaub ich auch nicht, damit ich es kaufe. Aber doch, komm ich kaufe Yumi im Spiel, nur Let's go. Ich kann auch Yumi spielen, dass ich... Ne, jetzt will ich Yumi spielen. Nein! Ich will ja irgendwelche Flaschen für. Oh mein Gott. Wille, lass noch nicht nennen. Ja, wenn ich jetzt... Wie schnell ist die denn bitte? Ich hab ein Problem. Weil keine Wille. Ja okay, ihr macht das, ne? Boah, Yumi hat ja überhaupt keine Kulons. Was machst du da oben so zäh? Lol. Mann, wieso ist die so schneeell? Jübel, ne? Okay, nur. Oh oh. Oh mein Gott, krieg ich euch nicht. Ey, die kippt mir noch! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich dachte ihr habt die save! Schönes Ding sind. Oh wow, jetzt kommt... Oh Gott! Fuck! Oh! Let's go! Oh, da seh ich noch nen dritten Kill. Jo, ich zieh mich da oben. Ach, und guck mal, die Kills kommen zu uns! Die kommen zu uns! Let's go! Oh ey, du bist ja wie Ego, Junge. Das ist ja richtig verwirrend. Oh wow. Du hast einfach alle Ultis oder eine mehr. Oh ja. Einfach wie das wie dumm das ist, wenn man einfach 6 spells auf einen einsetzen kann so. Gleichzeitig. Ja. Ja, ja. Also ich hab das ja auch wie Ego gespammt in den Modus. Insofern. Weg? Ja, pink was, ich brauch pink was. Jo, ich krieg's so du, oder? Ja. Ich krieg'm Tore. Insofern. Mh... Silenced, zählt als HCC für die Krabbe? Nöch. Ich. Oh knapp, ich dachte grad du hittst den. Wollen wir all in auf den Draven einfach nur, einfach weil's ein Draven ist? Ich glaub ich war. Ja, ich wollte eigentlich hier dringeflasht. Aber ich hab keinen Luftwahl in meinem Ulti im Konzept. Oh, schau. Ich hab Draven, äh, Draven sag ich. Für ein Ulti. Yo, lass auf den Luftwahl dem Draven. Jetzt, go! Komplett outplayed. Oh no! Oh, das hat damage zu mir. Die war da. Oh no. Die Wand war zu dick. Als Hux. Ja. Alter, wie die reingeböller, das hat mir der Ulti. Jetzt hab ich über die Wand nicht vorgekommen. Das ist oh nek. So, ruf hier im Decks, bin ich auch grad kurz. Overlays, richtig. Schneekel, ja. Jo, aber ich darf nicht raus tappen. Das mache ich die ganze Zeit. Ja. Weil ich mir doch eigentlich nachgucken muss, was ich bauen muss. Weil ich hab keiner was mit mir gebaut. Deine Turret hat gestorben. Oh, mach so. Let's go, ich bin gleich da. Naja, einfach mit Garen zwei extra Gap-Closer zu haben, fühlt sich irgendwie belohnt an. Lasst mich euch heal! Nein. Nein. Nein, da. Nein. Nein, da. Ich muss mit Draven da unten. Wenn ich Ulti gehabt hätte, wäre ich runtergelaufen. Ja, ich hab den gerne. Haben wir geblieben. Ja, easy. Das ist easy, das ist ein AD Carry. Ne, ich hab nicht gesehen. War einfach... Bad ist. Was ist denn das? Das ist schlecht, das ist schlecht jetzt. 20.000 kmh, die alte. Ja, die hat ja auch noch... Ach, die hat da drunter mehr. Oh mein Gott. Ja, jetzt raff ich das erst mal, wenn die die noch kriegt. Nooo. Shyvana rennt mich echt runter. Das ist richtig asozial mit der Ulti von dir. Nice. Das ist... achso, ok. Ja, ich sag mal so... Äh, lasst mal gleich einen Dragon machen. Ja, wir haben einen großen... Was bringen die Buffs von den Dragons? Ist das irgendwas anderes? Ich glaub Tower Damage oder irgendwie sowas. Alter, was ist ja... Wenn die Seelen lassen, dann wirst du wiederbeleben. Das ist ein High-End-Passive quasi. Die bringen mehr Stacks, das bringen sie. Ich hab so gewundert, Leute. Erstmal, warum ich sterb. Nach der... Nach der... Nach der Revive. Bitte was? Ich hab mich so gewundert, warum ich sterb nach der Revive. Ich hab erst gedacht, das wäre ein Bug. Ja, Junge, aber mit Chogard Ulti kannst du auch... Alter, wie groß! Ja, ich wollte... Du kannst bestimmt... Junge, einfach so ne... So ne... Jumi mit Chogard Olaf. Hast einfach so riesige... Oh, wow. Ich hatte mal einen Lasus mit... Mit Chogard Ulti. Oh, sick. Oh mein Gott. Engie... What?! Oh, es war kein... Oh, es habe ich geholt. Das war echt nur. Oh... Oh, ist weggegangen! Ja, er hat die Clever-Cog gemacht. Ja, aber er war ja... No life. Ja, aber... Legit, wenn wir weggegangen wären, dann auch nicht los, dass du es. Das war mein... No, das war mein Sugar-Stick. Oh, sorry. Warte, ich kann nicht hier hin. Warte, komm her, komm her, komm her. So. Danke. Mich... Janis, du klingst wie ein Demon aus der Hölle, wenn du mich... Na ja, ich hab ja vorhin schon gelesen, ich bin grad Sprech. Nix ab, erzähl mir doch nix. Oh my god. Hau ab. Sie macht irgendwie erstaunlich wenig Damage. Ei, schwierig. Weiß, ihr wollt 5... Kipo? Du musst gar nicht Base, ne? Ooooooh. Wir machen das noch, wir turnen das noch. Ach komm, YOLO. Warte, ich komm jetzt auf die Kaktur. Usain? Ja, also ich hab den ADC gemacht, scheitlich. No, Auto-Tick auf sie. Nice. Ich kann dir da leider nicht... No. Ich kann dir da leider nicht helfen können. Oh mein Gott. Ja, alles gut. Wir haben Auto-Tick abgebrochen. Ach, Mann. Na ja. Oh nein, die Ulti hab die Ulti vergessen von ihm. Ja, nein, das ist das... Unlustig, ich hätte Q, ich hätt keine Q. Uuuh, aah. Oh. 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 Uuuh. Ist Spirit Visage immer noch das Alte? Mhm. Okay. Warte mal, was Alte? Wie Alte? Jaa. Haha. Vor dem Revers von den Items. Ups, ich wollt grad auch sonst... Von den Items. Hahaha. Okay. Warte, ich mach auch ein Quality-Ding. Warte. Wie ging das denn mal? Warte. Was, ey. Was meinste? Er hat Rappadons, der Drell. Okay, mal hin. Kann ich vielleicht fallen. Okay, let's go. Kaufe ich mir mit Olaf noch dieses Großwerden-Ding, da, diese, seine Potion? Ich mach ihn mal 20% größer. Jaa. Nee. Ja, du, das, das Geld wächst nicht an den Bäumen, im Sondern am Jungle, aber, ja. Aber es sind im Jungle nicht Bäume? Ich frag ja nur. Hauptsache dann der Insel... Wo siehst du hier den Baum? Jaa, ist doch jetzt gekommen, ne? Ah, fuck off, ey. Sag, dass du mir Farben hilfst. Jaa, ich hab' ich gesehen. Äh, gut, dass du was voll wild bist. Äh, äh, äh. Äh, was? Mir fehlt noch ein Item. Jaa, komm. Also ich hab' jetzt Item Nummer 2. Nee. Oh. Hier denn. Guck mal an. Ah, ich bin sofort. Achso. Kann ich unterstützen? Bist auch sofort. Ja, was gehst du? Guck mal, wie ich... Nein, wie viele Heal haben die? Oof, ey. Anti-Heal wäre ne Option, ja. Ja, Jan, das sind doch mal nicht im Kopf. Anti-Heal. Hm. Oh, ich hab'n AD-Carry gespottet. True, Anti-Heal. Der ist so useless. Die Trampion kannst du ohne Ultima. Aber Spaß macht trotzdem. Aber Spaß macht trotzdem. Aber Spaß macht trotzdem. Wissen, dass du so lange Poil denn Spaß hast? Jaaah. Aber wie hättest du alles gut? Ey, ich... Ich find's witzig. Eigentlich lass's hier. Lass einfach den Lippen. Jaa. Hätt' ich flashen können. Wollt' ich aber nicht. Oh, du bist gut zu sehen. Oh, egal. Ey, ich mach' irgendwie keinen Fisch. Die haben einfach auf dem Anti-Heal. Kannst du mich... Äh, wenn du deine Nico-Old machst, kannst du auf dich selber dann ne Sand-Old machen und dann sonst dann... Jetzt gerade, bloß Null. Alter, der Riesentisch, wenn ich back... wenn ich recall. Guck' dich das an. Giant Olaf. Oh my fucking God. Oh, au. What the fuck. So, und jetzt, pass auf, wollt ihr das mal sehen? Wollt ihr das mal sehen? Wollt ihr sehen mit der Potion? What the fuck? Ja, mach' mal. Gut. Also habt ihr die Kamera auf mich? Ja, ja. Habt ihr die auch nicht, okay. Ähm, warte, wie konnte man dancen? So. Haha, du schein' die Axt ist einfach so groß wie Gwen. Ja, vergleich. Ja. Kannst du mit dem Dramo unterrennen einfach mal so? Alter, ich versteck' mich einfach unter dir. Ist ja klar. Unschuldig. Wie viele immer? Ich hab' fast 5000 Leben. Warte mal, macht dieses Dingens-Item Gargoyles das noch doppelt so groß? Ne, ne? Oder? I don't know. Ich bin auch recht. Wir haben, wir haben zwei große O-Löffel. Nice. No, ich hatte'n Lack! Shit. Ja, ja, ja. Jetzt wurde er aufgeflogen. Ja. Wurde mal rein. Ja. Ah, das ist traurig. Sebastian, machst du das? Oh, das ist das Problem jetzt. Oh mein Gott, so war Akk-Olti-Ack gegen. Nein! Ich glaub' das war Akk-Olti-Ack schon nix geworden. Na, ich glaub' schon, ja. Ich hab' Antihil, du auch. Also, das ist belastend irgendwie. Belastend. Wieso, was kaufen wir uns jetzt noch? Machen die... Aber die gehen jetzt nicht für'n Baron, oder? Also, das machen die jetzt nicht, oder? Oh, ich glaub' schon. Ey. So'n Ding ist das. I see. No. Alter, dieser Olaf, dieser... Junge, du... Du hast'n einfach 5.000 AP! What? Zählt' cooldown-reaction eigentlich für die... für die extra... What? Oh mein Gott, die haben das... Oh mein, ich hab's nicht gesehen! Run! Alter, das war'n riesenguld. Null. Und das Schild. Mit einfach nur einen Schritt machst, und die machen 5. Haha. Oh mein Gott, mei, mei, mei. Ah! Warum dutscht' du eigentlich? Du bist gleich wieder full-life. Ah ne, du hast noch gar kein Wohr, Max. Oh mein Gott, das ist scheiß Meiser-Ultin, ne? Oh wow. Genau. Das ist aber nicht cool, so groß zu sein, muss man mega langsam. Also, gefühlt... Also, gefühlt... Proportional-technisch. Aber nur... Ja. Aber das ist natürlich... Dann fahr' ich rein. Ja. Mhm. Was meint ihr, die soll jetzt noch kaufen? Was macht es größer? Gargoyles? Ich weiß nicht, ich glaub' Gargoyles macht's noch... Äh, äh, ist das... Ich glaub' das rausgenommen, warte mal. Ich glaub' das bringt keine Size mehr. Es hat früher irgendwie doppelt so große Size nochmal gebracht. Ach. Wräuchte'n Lolo-Ulti, dann... dann würde es gehen. Ähm. Kennt ihr nicht diese... Videos von uns aus Boomstocks oder so, wo sie versucht haben, die größtmöglichen, äh, Jogard... Äh, äh, Models zu kriegen? Ja. Wo, wo einfach der Jogard einfach über die halbe Map geht, so gefühlt. Okay, jetzt... Woll' ich mir trotzdem Gargoyles kaufen? Ich weiß grad' nicht, was ich noch kaufen soll. Das ist nicht bad, oder? Gargoyles ist nicht bad, oder? Also, okay, dann glaub' ich das. So. Vision 2. Boah, ich muss jetzt glaub' ich schon nicht auf den Punkt gehen. Das ist rein. Ja. Gerim. Oh mein Gott, auch ein Würde, sicher. Was sie sieht. Alter, ist sie nicht schon ge-recault? Guck mal an, Mann. Also, dass der Drape so lange überlebt hat. Krass. Schöne Runde AP. Ähm, schaffen wir den... Also, da sind uns paar Leute. Da sind People. Ja. So. Hm. Da sind wahrscheinlich ein Klipp herstellt von dem Oluf. Oh nein, oh nein. Und... Äiää. Oh, die hat mich weggeschubst. Nooo. Hat die jetzt so viel geholt? Bro... Das ist echt insane, oder? Der Subraken noch in Matten... ...mit Wo-Mocks. die hat aber schon über früh geholt richtig ja ja sie sich mega krass vielleicht sollte ich einfach dornpanzer kaufen oder nicht ja ich komme auch noch vielleicht alle müssen noch nicht so bei mir ich platz sowieso also ich gehe aber nur auf die seite also ich glaube auf die seite ein wort oder irgendjemanden und dann bin ich das ist eine coole sache ja ich krieg halt 90 prozent magic der mensch ja wir haben auch nur antiky dass wir raus können wir haben schon drei leute und selbst wenn du dornpanzer gehst die fokussen sich eh nicht so also ich sag mal irgendwann bin ich so groß da können sie gar nicht auf euch klicken ne drew einfach so jetzt karte machst du einen schritt bist du in der base ja nein neun stacks wie klein ich aber bin du kannst alle in die verstecken ja man sieht so im tisch der war noch dummer aus wegen dem wegen dem grünen ding muss man aufpassen dass die gleich nicht mit der dinge zu drüber jumpt oh my god oh ich hab das nicht gesehen kann die hat auch keine ulti die shivana okay wird und jetzt aber ich habe ich habe gedacht ich mache ich halte krefe problem weiß nicht was die was macht die scheren frau schnibbel die heilt sich krass und die kann so ein feld wo sie unfaar oder also nicht weil du nicht hitten kannst oh die wand kommt rüber wahrscheinlich irgendwie gleich hier oh my god ich war gesilenced was denn noch oh my god ich hab mal gesided ich war irgendwie dreimal gesided einfach oder sowas ich habe sogar ganz wen schaden aber holly molly wenn ich nicht mehr von das und viert und viert jo ist aber soviel item schaden von der schere ist das noch ein herald und ne ja mit dem scheiß cosmic drive ist ja auch so fucking schnell die ganze zeit true oh ich hab die schere okay Ich glaube, das Game wird schwierig, wenn es sich jetzt over ist. I'm coming. I'm coming. Das ist jetzt unser Comeback. Wir holen nur noch Dragon, okay? Macht uns halt. Let's go! Das ist Seele dann, das ist wichtig. Ja, ja, ja. Warte, ich bohren aus dem Tor, da ist nicht so, dass wir da sind. Versuch, die scheiß Soraka zu killen. Ich moriere, glaube ich, einfach den Draven. Geht Hörer. Nächstes Dragon, Dragon. Wenn die zwischen dran sind. Jawoll, da ist die Grand Support, ey. Was macht der da? Ist okay mit dem? Macht der dich? Der Typ ist AP. Ich glaube, der macht dich. Kann gut sein, ja. Sah sehr knapp aus. Oh, die macht dich als Drachen. Haben wir Smiled? Oh, nein. Nicht die. Ich hab Feast. Oh, nice. Okay. Den kann wirklich vorkennen. Autsch. Nice. Wir können jetzt vielleicht sogar mal bitte runterladen. Oder Baron? Oder wir machen Baron? Ne, können wir auch machen. 6, 13, 8 und ich habe noch Goldschweizung. Also ich hab halt gerade nichts, ne? Aber die sind ja alle tot. Ja, die Schall haben die jetzt. Ne, let's go. Jetzt kommt gleich Draven-Ultimeter oder sowas. Oh, der ist auch dead. Das macht wahrscheinlich so 20 Schaden, wenn man das macht. Äh, bestimmt wir haben auch Dinge, dass wir. Herald. Ich bin zu langsam. Ehe. Warum? Oh! Und zwar hilf! Oh! Okay. Ich weiß grad nicht mehr. Du könntest... Oceans. Äh, Warmox vielleicht? Ne, warte mal. Ja, Jonas kannst du machen theoretisch. Oder du holst sowas wie Titanic oder so. Oder Blade of the King. Ich glaube, du musst dir in die Soraka runterrennen einfach. Titanic ist es also, mhm. Oh, und ich weiß nicht, was vorgeschlagen ist. Ich weiß nicht, ob das ja nicht so geil ist auf Olaf. Weiß doch nicht. Oder ist er echt Warmox? Einfach nur und lame. Dann hol lieber GA, glaube ich. Okay. So, ich hab den... Jetzt komm rein, oder? Jetzt die Liegungsgruppe ist. Harald. Warte, ich hab Harald. Das war's hier schön, ne... Ich hab' noch einen Amst. Riesen, Nav. Weiß ich nicht, hab' ich... Keine Ahnung. Aber, hab ich mir ... Ja, ich hab' ne... Ja, ich hab' ne... Ne... Das ist... Ich kann euch aber dann kurz nicht kommen, ich bin gerade Useless. Oh oh. Vielleicht können wir das... Ne, glaub ich nicht. Ich seh uns ja nicht so. Ne, raus, raus, raus. Hat sie gehuldet? Ne. Oh, da zeig's mal. Weil warum lebe ich? Wir müssen auch out, ja. Warum sterbe ich? Hä? Weil wir die Seele haben, wir haben die Seele gehabt. Aber man... Okay. Ja, aber das ist Resisieren-Passivist, hast du gesehen. Achso. Jetzt komm, wir räumen das jetzt auf. What is happening? Okay, ich glaub wir haben's gerade kennengelernt. Ey, dass die halt nicht... Dass die halt nicht stirbt, ich hätte einfach instant ulten sollen. Oh nice. Aber es war halt mit Raven later, ne? Ja, stacks. Könnt ihr das deffen? Also wir brauchen da ewig verhalten, bis wir da sind. Alter, wie groß bin ich der bitte? Sag mal, what? Oh nice. Ähm. Du kommst wieder. Du bist gleich tot, du musst kämpfen. Sonst bist du gleich da, du stirbst die ganze Zeit. Ja, okay. Dass ich auch Damage in der Lissandra-Ult krieg, ist... ... eine schöne Sache. Ja. Genau. Oh, verfallt. Das ist doch einfach nicht. Absurd. Einfach absurd. Sangel-Div, du warst einfach viel zu klein, Karin. Ja. Ich kann mich nie gepusht ab, nicht töten, ne? Ja, wir kurz muten. Was? Ich hab ja gar kein Damage gemacht. Dive. Das ist die Warnung von 87.000 Schaden, ne? Alter. So nasty. Freude. Freude. Ja. Gott. Nein. Kann ich so? Mhm. Ja. Wir holen. Ja, wir holen. Naja, das ging eher an Sam, aber das sehen wir gleich, ob er annimmt. Muss man sich den Chat irgendwie auch nicht, ich hab irgendwas eingestellter Gäste. Ach ja, stimmt, wir werden nochmal wieder selber brauchen, ne? Cool. Jungle Main, haben sie gesagt. Was? Also ich will, ich will Hiss mit Lehn. Ah. Hä, ich hab geswappt, aber der Rest ist gleich gefangen. Yo. Ne, ich bin top. Also ich war vorher mit Lehn. Ja. Ah, vielleicht wegen dem Rejoint, actually? Warte mal. Wow. Ah, okay, man kann das auch wechseln hier, die Ulti und den. Oh, God bless. Was ist das so verwirrend, das Game? Ich hab jetzt, ich hab jetzt witzigerweise auf, also ich hab, die Sammler ist auf meiner Maus, dann hab ich es umgestellt, aber ich hab's trotzdem die ganze Zeit falsch gedrückt, weil ich dann nach unten geguckt hab und hab gedacht, es macht überhaupt keinen Sinn mit Flash auf der rechten Seite. Das ist einfach viel zu viel für mein Gehirn. Soll ich mal spielen hier, wie kann man das spielen soll? Ähm. Keine Ahnung. Da brauchst du was. Ähm. Nur eine Fiora oder so. Oh, ich hab'n Leblanc, das kennt halt anders. Oh nein, Mann, Fioroskin kam nicht mehr raus. RIP. Oh nein, ich hab'n Leblanc. Also, ich hab'n Leblanc da drauf. Und jetzt hab'n Leblanc da drauf. Wann das? Tocke. Oh nein, ich hab'n Leblanc da drauf. Gib'n Leblanc da drauf. Och das noch was ich ganz klar. Ich hab'n Leblanc da drauf. Und jetzt hab'n Leblanc da. Ach, ich hau jetzt meine Haut nicht weg. Gerade war er eher intolkend. Das war ein Warm-up. Na, das sowieso. Alter, er griebt immer aus wie Ivan. Also, ich will nichts sagen, aber ich bin dran gewachsen. Na? Das war's nicht. Was ist denn da für mich immer so wrong? Ja, manchmal bin ich... Ja, manchmal bin ich... Ja, manchmal bin ich... Ich weiß nicht, irgendwas hab ich da falsch eingestellt. Hm. It's okay. Ja, aber, okay. Ah, sieh, ihr könnt doch... Leblon mit Skana oder mit Shen-Ulti. Oder Kayn. Ich steh, ich nehm Skana-Ulti. Oh, warte, wenn ich Skana-Ulti mach und zurückspringe, zieh ich den dann mit? Ja, klar. Ja, klar. Oder... Alter, ich hab... Ich weiß nicht, was kann man alles kasten beim Skana? Also, die killen kannst du die Karsten auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob's mit einem anderen Spritz geht. Ja, mach einfach, Alter. Ich mach Skana. Ja, Shen-Ulti ist ja auch langweilig, wir brauchen sowas. Das macht kein Damage. Gegen was spiele ich denn? Ja. Oh, ne, Kiana, ich find ich gegen Kiana spielen. Alter, sie hat CC auf jeden Fall am Start. Oh, ist Kiana? Die Mocke ist auch voll cool. Ich steh, ich hab keine Mocke. Ich hab keine Mocke. Ich hab keine Mocke. Ich hab keine Musik-Wutfuck. Ich hatte nur Kack-Ulti. Ich hab das von angestellt. Ne, ist aus. Was hast du zur Auswahl gehabt? Bart? Bart, Morgana und Morde-Kaiser. Warum nimmst du nämlich Morgana einfach reinfahren und dann ulten? Ist doch voll geil. Ja, aber ich will ja nicht so lange in den Gegnern stehen. Weißt du, wie lange die Morgana-Ult braucht, bis sie auslöst? Naja, also wenn du die Gegner bis dahin nicht getötet hast? Ja, gut, dann... Dann tut's mir leid. Ja, ich will jetzt nicht. So, hallo. Hallo? Ja. Hallo? Okay. Machst du da was? 1 und 1. 1 und 1. 1 und 1. Ich glaube, der Auto mitspricht mir ein bisschen. Uuuh. Äh, Midlane keinen Flash aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, warum sie geflasht hat. Ich gehört einfach vom Support-Born-Revons. Jedes Game einfach. Ja. Einfach kurz mal gezeigt, wer already curious. Gleich. Nice. Oh. Oh, ich hab nix. Oh. Oh. Das ist die Bard-Ult für das, für den, für den frühen Gang. Reflections. Was? Ach, come on. Egal, dafür und dafür musst du spielen. Okay, ich kann... Okay, ich kann die... Wow, ich kann nicht zurückspringen, während die... Okay. Oh, mein Gott war das geschafft. Das geht doch nicht. Schade. Ne, ja, also es geht theoretisch, aber man darf nicht zurückspringen, während man das hat. Na. Okay, Raid hat mitgedacht. Du, 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 du bist quasi gesilenced für deinen W. Ah, schade. Schade. Das wär ein... Ja, gut, das wär auch ein bisschen zu broken. Nein. Es ist gar noch fresh existieren, ne? Okay. Ne. Mit der Q-Ult hab ich's gesehen. Und jetzt... Oh, scheiße. Warte mal, da kommt ein Z-Ult. Warte mal, da kam ne Q-Ult mit einer Asie-Ultie, das hat mich grad ein bisschen zu verwirrt. Und mit der Q-Ult? Achso. Äh, ne Q-Ult, nicht ne Q-Ult. Ah, Junge. Können die sich nicht mal neun haben ausdenken? Ne Q-Ult. Naja, sehr schrecklich. Z-Z. Hä? Was haben sie sich gedacht? Ja, was ich sich gedacht hab... Die hätten ja auch einfach Sebastian nennen können. Ja, ich mach. Kommt Sebastian, Junge. Zu neuen Spills. Sebastian, der die Leute in die Menge wirft. Oh. Ups. Weißt du, wir können Toplane was probieren? Ich hab Bart-Ult. Der hat ja nur Ult, glaube ich nicht. Das ist okay, es trifft nicht. Oh, oh, oh. Good try. Ja, ich hab's, ich hab's geschossen. Ich war schon... Okay, das trifft nicht. Das trifft nicht. Nevermind. Also, wir können immer noch irgendwas machen. So, und das ist uns nicht. Ja, aber Schima... Oder wer ist das? Quinn war hier. Gut, dass ich Legend-Tennis-Team habe. Äh, mit Lance. Miss. Ich nimm mal hier die Crux. Oh, ciao. Oh, warte mal. Hm. Oh, das war close. Ah, du hast Olaf. Ja, Olaf ist natürlich ganz nice gegen die Land. Oder gegen Leona zumindest. Ist quasi zu Leiden. Cool. Schön, Edi ist hier runtergekommen. Edi ist einfach... Ich weiß nicht, ob die AFK ist, oder sie ist irgendwie seit 10 Minuten weggefühlt. Ah, jetzt. Nee, da ist sie. Oh, shit. Ähm. Nein. Ja, ja. Achso. Ihr macht da was. Oh. Ja, ja. Es ist... Hilfst du Gott, ich kann nicht helfen. You dead, my friend. Oh my god, ist das broken! Unübermeint. Ach, ich bin gar nicht dead. Alles gut. Auf Flash. Okay, ist schon witzig, weil ich halt meine E... Also, ich treffe halt meine E-Safe, nachdem ich die Ulti weg habe. Aber das ich halt nix anderes verwenden kann. Bisschen schwierig, natürlich. Wirkt sich cool dann Reduction auch auf die... Extra-Ulti aus? Wüsst du das? Ich glaub schon. Da sind wir eine sehr krumme Zeit grad bei mir. Aber es kann auch sein, dass es actually über Dingens kommt. Ich hab äh... Nee, warte mal, hä? Okay, keine Ahnung. Mh... Ich bin auch gleich wieder da, wenn du Bock hast. Mhm. Das Problem. Einmal 30 Sekunden wieder... Schiff, blau, 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 blau. Ja. Ja mein... Ja, warte, ich hab... Ich hab noch nicht. Und die hat hier grad gewardet, deswegen... I don't know. in zehn sekunden habe ich halt ja von sekunden also ich kann jetzt ich sterbe da ist der nächste oder sind alles gewinnt so sekunden ja ich okay und ich noch nicht so nervig man hier ist eine insel Helpp! Ja, ich komm, schrei doch! Warum schreist du nicht? Nein! Oh, ich bin dead. Ah, ist doch scheiße. Ach, warum? Never help! Der ist, glaub ich, nicht help gerufen. Davor. Ich wollte nicht, wie ist das? Weil wir noch nicht rein wehnen sollen. Ich muss so viele Tasten drücken, mit Gwen Ulti und dem Somertremer drücken. Ja, ist richtig. Dann hab ich auch einen Gurte hier geholt, ist auch schlecht. Ah, yo, auf Support wird's ja noch verwirren, da mit den ganzen Active Items. Ja, true. Haupt Active Items auf Support, hush. Das ist so pathetic. Ja. Ich weiß nicht, so ne, so ne Step of Flowing Water Ere hier. Komm schon mal mal. Nein. Ist hier gewartet? Äh, glaub nicht, ne? Wissen wir nicht. Würde mich sehr stark wundern. Nichts sehr stark wundern. So, also ich hab Ulti hier auf jeden Fall. Ja, können sie rein kicken? Also, ich hab auch gleich Level 6. Generell, Moment. Jetzt bin ich nur mal kurz. Ich würde auch kommen, ich hab Skarner Ulti. Ne, noch kurz. Ich hab Part Ulti. Ich kann den Part. Äh, easy, easy. Der war jetzt mit Richard. Gerne, er auch gehen. Toplin ist an der Insel. So, rein da. Ja. Ja. Guck euch mal unten zu, Skarner. Hallo. Darf ich mich heute auch noch bewegen, oder? Das ist nicht im Recht des Möglichen. Ich hab zwei gekillt. Okay. Die Ulti ist natürlich ein bisschen nervig. Geh mich zu, aber... Hey, Quinn hat Morgana Ult? Ja. Das ist super. Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Boah. Schönes Ding, Paul. Boah, Alter. Leona mit Amomo old ist halt aber auch... Ich weiß ja nicht. Boah, Leona. Bisschen, bisschen illegal. Mein Legends Tendacity muss noch ein bisschen stecken. Darf ich mich vielleicht auch bewegen? Oh, wie viel? Ja. 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 Oh no. My farm is so bad. Nein, ich bin jetzt an mich geblockt. Ah. Ah, okay, sehr gut. Äh, ja, Kette hätte man treffen können. Oh, wow. Wir haben gesehen, wir sind innen. Oh, wir haben uns einlassen. Wir haben gesehen, wir sind innen. Oh, hier ist eine Quinn. Nooo. Ich bin auch weg. Hä? Easy, easy können wir das machen. Komm, pass auf jetzt. Jetzt wird richtig outplayed. Oh, das ist seltses. Oh, das ist mal das Ding verfehlt. Perfekt. Oh, das ist seltses. Oh, das ist mal das Ding verfehlt. Perfekt. Ist das Dom einfach über 10 Milliarden Kilometer gedrashed und dann reingezogen. Oh. 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 Wie ist denn eine Karte mit mir denn? Das ist so sehr gekehlt. Oh, ja, ja. Oh, ja, ja. Was kaufen wir denn so? Sonjas? Oh, ja, okay. Oh, ja, okay. Oh, wow. Okay, ich hab jetzt Merkes. Jetzt geht's los. Ja, ich mach den mal. Samu, ich komme zur Hilfe. You might be dead. Ja. Ja. Aber du machst das. Ich bin auch schon unterwegs. Ja. So ähnlich. Geste in die Ohna da unten nicht. Ja, ich... Es ist schwierig. Warum macht sie denn das? Mädchen, du warst doch safe. Warum miss ich jede Kette in diesem Game? You got this. Nice. Oh, schade. Yo, was war nochmal Heilbreaker? Das hab ich mir nie geholt bis jetzt. Oh, my God. Ich bin... Ja, ich glaube. Gibt's das schon? Ja. Also ja, das kann ich mich nicht glauben. Du meinst das, ne? Es gibt zwei, warte mal. Vielleicht ist das mal das andere. Weil wenn's das wieder gibt, dann werde ich wieder den only Toplane pro Shen spielen. Wie damals mit Warmox. Äh, nicht Warmox. Das gibt's auch noch. Aber ich weiß nicht, was was ist. Mann, die sollen wieder Banner auf Command und ZZ Roads abbringen. Das wär geil. Ich hab immer Shen... Oh, my God. Einfach Shen mit ZZ Roads und wenn auf Command dann nur geroamed die ganze Zeit. Ah, so viel auch noch da ist. Oh, my God. Samuel? Siehst du uns da? Oh, warte mal. Nee, ich sehe uns da nicht. Nee, ich sehe uns da nicht. Ey, die Carry. Leona hinter dir. Wahrscheinlich noch Chang'n da mittlerweile dabei. Sieht das bescheuert aus. Ja, ich mach noch nicht so viel Damage. Aber ich hab auch 2000 Gold. Vielleicht sollte ich mal ausgeben. B treffen wir eine Maßnahmen. Hä, ich hab mein B getroffen. Als zweite echt. Ja. Unproblemer halt, dass sie deine Q gewollt hat. Ja, das... ja. Deswegen... Das hat's kein Damage gemacht. Achso. Richtig. Aber irgendwie hab ich jetzt auch nicht damit gerechnet, dass das... Obwohl ja doch macht Sinn, dass es geblockt wird. Ah, ich hätte noch Sonja's gehabt. Damn! Wie clean. Nice. So, wer kann jetzt keine Führer spielen? Du. Okay. Okay. Ey, weißt du, wenn du dich so selbisch hatte gefragt gehabt im Chat deswegen. Er hat gesagt, dass... Ja, ich hatte ein bisschen Lexus, wenn ich den... Okay, der macht halt mich schnell einfach gegenüber. Machen nichts. Was sagt mir eigentlich der Chat sonst so? Ich glaub, der Chat ist Misch. Ja, ist das echt so? Ich glaub, Misch gefällt's. Ich hab' mich da nicht so gesehen, bin ich ehrlich. Ja, ich wollte eigentlich... Also ich dachte, ich war tot, deswegen hab' ich noch verdammelt. Ich spiel's mit Full Run gesungen. Ich glaub, das ist auch eine witzige Sache. Geil. Nein, ich... Ich konnte nicht zurückspringen. Das ist traurige Close-Up von dem Fight. Oh mein Gott. Wie... 20, 21. Edicaries machen Damage. Kein. Nein, ich meine... Ich meinte die, Luna. Manche. Ich hab' mal Pinkwart vor Minute 1 angekauft gehabt und nie eingesetzt. Perfekt. Yo, du hast mich gesehen. Oh, wow. Nehmen wir mal den Blue-Buff, ne? Ich kenn niemals noch nicht bei der Gäste. Ich mach' mal. Naja. Schlecht? Oh mein Gott. Alter, wie fast du einfach bist. Wee! Hallo. RIP. Oh, ich will über... Ich wollte über die Wand. Ja, danke. Ich wollte einfach wirklich über... Ja, erzähl mir doch kein. Erzähl mir doch kein. Hast du das schon wieder gemacht? Ja. Eieieiei. Jetzt steht er da am Pit. Ja. Ah, schwierige Nummer. Gar kein Problem. Oh, nein. Ich hab's schon wieder sicher gemacht. Gar kein Problem. Okay. Man, so schwer ist das Pit jetzt echt nicht zu treffen. Ich weiß nicht, was ich mache. Ich lässt das oben. Das ist so. Okay. Beide Seiten agree. Sag mal, warum bist du da nicht reingegangen? Was soll das? Hm. Ähm. Na, warte mal jetzt rein wohnen. Nevermind. Jetzt bist du drinnen, sagst du? Warte mal die. Aber die ist leckig mir noch. Ey, die hab ich jetzt gut vorbereitet. Weil ich wollte die einfach nur den Kill donaten. Oh. Aber wo ist sie? Das ist sie. Äh. 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 Egal. Ich will jetzt kein Bock an der Quinn zu sterben. Oh. 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 Okay, let's go. Ich bin so normales Game. Also, Average? Hä? Hm? Hm? Ich bin Level 9. Oh lol. Und wir sind länger nicht mehr auf dem anderen. Das kann ja nicht jeder so einen legendärer E-Spotter wie du sein, Janis. WTF. Deswegen heißt du ja auch Challenger-Q gerade. Oh mein Gott. Ja, schwierig, ich weiß nicht, ich würde ehrlich so umgehend da reingehen. Dass mal Push'n Paul kommt, mach doch mal was jetzt! Warum kannst du uns nicht carry'n? Neh, neh. Alle Kills nehmen und dann sowas. Ich hab das, die Base. Alle Kills nehmen und dann sowas. Neh, aber das weiss, ich bin die Lane gestompt. Ich hätt' immer meine andere Rollen nutzen sollen. Ich hätt' immer meine andere Rollen nutzen sollen. Um die Kilmer. Ja. Janis, mach mal, komm auf mich. Ich guck schon. Mach mal, komm auf mich. Soll ich ran? Ich zoome ran. Ui, da war der Flash-Kick. Du hast grad Quality-Sicht von deinem Freight. Oh Gott, ich komm nicht daher. Das ist wirklich zu schnell. Vielleicht werden wir selber nicht gekillt. Ja. Ja. Oh, nice. Nice clutch. Von deinem Gefühl. Aber. So, Anti-Wähler. Das ist ne wertvolle Sache. Ich brauch irgendwie ne ganze Menge Gefühl. So, lass mal rein da jetzt. Ja. Ne, ich geh jetzt pullen. Ne, ich guck. Warte, 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 das ist ein bisschen früh. Ja, nicht. Warte. Janis, mach mal was. Okay. Schönes Ding. Oh je. Nein, wir hatten noch eine Schwachstelle. Ne, zwei waren noch gefehlt. Scheiße. Ja. Hm. Dann kommt die Quinn angst angerast. Einen Challenger hätte es gemacht. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Haha. Oh. Dragon! Ist ab, lets go. Jetzt haben die welche jetzt zählt, oder? Mhm. Jedes Mal. das sind einfach dass ich dann nicht springen kann was ist happening so noch die letzte sekunde mordekaiser alt ja alles komm jetzt zeig mal was du kannst mach den challenger und zählen gameplay ok ich hab das ja bei dieser aber nicht hey ich hab einen kill klasse verteidigung hier was machen wir jetzt wir verlieren zweimal und ich wollte gleich gehen liegt es an mir fragezeichen wenn wir ja dann sehen ne challenge wir spielen so lange bis wir gewinnen karin und dann darf es gehen aber das ist nie gut da sehe ich mich nicht bis zum nächsten win dann wissen wir ja ja Mann, Paul. Da ist eine Leone auch hier drauf, ne? Und eine Quinn, wenn du wiederkommst. Ja, die machen nix. Ja, hauptsache die finischen nicht. Ist ja okay, wenn ich... Die quinnen einfach. Okay, nice. Oh, das ist ein Prost hier im Gegner-Team. Oh ne, oh ne. Lass mich springen! Warum bin ich CC? Mann, das Minion ist so cool gewesen, aber das Minion ist davor gelaufen. Das Minion hat uns gerade bei mir ein bisschen gespielt. Okay, Suicide? Dauert die Ben zu killen. Oh mein Gott, die leben ja auch alle wieder. Ja, die sind aber direkt tot oder so. Ey, come on. Sammel, das haben wir schon gut gemacht. Das war schon echt scheiße, also zu uns und hier. Mann, wie fliegt die so langsam? Ja, ich auch gut. Also das ist aber das eine Minion, Alter. Hello, du ölter, Samira. Das, was wir noch brauchen. Alter. Hä? Oh, jetzt. Okay. Oh, schwierige Nummer, ich hab nicht vergessen, dass sie noch das sein hatte. Oh mein Gott. Das ist sad. Ne, Samira. Warum, warum hatte sie das zweimal? Weil ich hab... Sie hatten Mutti eh gehabt. Und was war das davor? Das war die... Das war die... Die... Ach so. Okay. Ich kann die mit dem Zeit nicht gehen, ey. Ich kann die mit dem Zeit nicht gehen, ey. Ich kann die mit dem Zeit nicht gehen, ey. Oh, nee, meine. Oh, oh. Was hattest du noch auf Irea für Ultis zur Auswahl? Also ich hab noch eine andere, die auch okay war. Aber ich... Keine Ahnung. Mhm. Mhm. Wir machen Nash, oder? Ja. 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 Okay, ich mach der Samira absolut keinen Schaden. Aber ich... Abgepealed. Ja. Ich hab keinen Grund. Ja, auf die Kiana geh ich. Boah, war die hier. Ich wurde ge... Wow. Oh mein Gott, wo ist die Kiana hin? Da bin ich nicht mehr weh! Oh mein Gott wo ist die Kiana hin? Die Klub mal alle so aufeinander. Man kann irgendwie nicht den richtigen auswählen. Die ganze Zeit belastet. Wir werden hier aufgeben. Mischte ich was gar nicht genudig gesagt. Wir wollten ihn machen eigentlich. War fast vier Sekunden. Keine Ahnung, zehn oder so? Ja, so als auf jeden Fall noch hin nach, oder? Ja. Ja, wenn zwei fehlen, ist es dann doof. Also doch kein zwei hin nach, oder was? Naja, doch, aber... Also eins noch. Oder Karin, bist du auch noch für eins zu haben? Mhhh, nee? Also ich will unsere Winning-Streak nicht unterbrechen, deswegen... Jaaa... War ne knappe Runde. Also haben wir, haben wir gut gemacht. Ne? Ich will jetzt mal nicht ADC spielen. Okay, lass mich ADC spielen und nirgendwas. Ja, ich geh Support. Ach nice. Geh gleich. Ja, aber warum hast du eigentlich Reha gespielt auf Support? Weil ich kenn Support spielen, weil da ist ein Fun-Mod, als ob ich da ein Support spiele. Ja, ich... Mal gucken. Ich glaub, ich steht fresh oder so. Fühlig. Gut. Bei den Vorteilen, dass ich Mission-Score kriege, kann ich die Mission wenigstens ein bisschen abschließen. Ja gut, also ne, ich hoffe ihr lasst den Gegner noch ne Chance. Schon. Äh, aber ja. Ja. Man sieht sich. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Danke. Das war. Danke. Tschüss. 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 Was denn? Kannst du mit vielleicht mitspielen oder so? Gute Frage. Frag sie im Chat. Ist sie nicht online gerade in League? Hm, nee. Ja, sonst let's go oder? Ja, komm. Bevor wir jetzt ewig rumsuchen. Puh, ich bin fast bei der nächsten... Fast die nächste Mission abgeschlossen. Das ist okay. Das ist nicht Werbung. Was für Mission? Ich hab keine Mission. Ah, es gibt hier bei Event, also neben Event, gibt's Rise of the Sentinels. Hey. Und da kannst du hier so ne Story freischalten und so. Ach so. Äh, ja. Nein. Gibt's neue Skins? Schwarznebel, Pantheon. Sentinel Area. Ich hab wieder neuer Riven-Skin. Mann, die sehen cool aus. Warum kein Rengar-Skin? Ja, ich werd bestimmt Jungle gecued. Ah, ne, ist auch nicht. Doch. Bin ich immer auch auf mir tun. So, Yannis. Erzähl. What mach'n wir? Ja, what willst du machen? Woran erzähle ich'n? So, was machen wir jetzt Geiles? Haben wir's Juma? Das hab' ich dich gerade gefragt. Ach so. Ich war gerade kurz weg, deswegen. Also. Was ist denn denn die nächste Comp? Ich hab' keine Ahnung. Yumi-Mondo. Alright, wer spielt was? Kann ich Yumi spielen? Ich bin gespannt, aber. Ja, du kannst Yumi spielen. Ich spieg lieber Mondo. Warte, ich muss kurz gucken. Ich hab' noch nie Yumi gespielt, glaub' ich. Oder sonst selten, oder immer. Eri oder sowas, ne? Äh, ne. Ja, Eri, glaub' ich. Also, ist es ja, ja. Conqueror oder Kick Grasp? Botlan. Ich weiß nicht, ob Botlan's Conqueror, glaub' ich, ist besser, ne? Oh mein Gott, ich hab'n richtig geilen Yumi-Skin. Oh Gott. Warum hab' ich noch ne Yumi gespielt? Wenn wir jetzt noch irgendeine geile Engage-Ulti kriegen, rennen wir die richtig runter. Einfach Yumi mit Kartus-Ult oder so. Nee, nee, ebenso. Oder den Nocturne-Ult. Nocturne-Ult. Nocturne-Ult, Malfight, irgendwie sowas. Nocturne-Ult gibt's nicht. Warum gibt's Malfight nicht? Oh, boi. Es gibt ein paar coole Ulti. Piss oder so hätten sie auch machen können, es wäre geil gewesen. Kasadin. Oder Kali. Gibt's auch nicht, es gibt Völk-Ult. Einfach Mundo mit Kasadin-Ulti. Gibt Ari. Und es gibt Kleider. Also ich stell' mir so, also, mit ner Level 16 Kasadin-Ulti stell' ich mir fast jeden Gen-Ulti schon vor. Jaa. Der ist aber... Das finde ich bei Kane. Weil, ja, ich wollt grad sagen, so eigentlich zum Self-Kill. Das ist verdammt schön. Bei der Kane-Ulti hast du nur diese normale und nicht diese gebraucht. Yubi! Was ist das denn? Ja, sicher. Was ist das denn, Alter? Es wird gestochen. Irgendwann ich imagine, weißt du, du musst später mal so deinen Enkelkindern erzählen, was du so in deine Jugend getan hast. Und dann erzählst du, dass du einfach den ganzen Tag irgendwie so ein Spiel gespielt hast. Und du warst ne Katze in nem Bienenkostüm auf nem Buch auf nem anderen Typen drauf. Jaa. Ja, das ist uff. Also was machst du eigentlich mit deiner anderen Hand während des Spiels? Ich kann auch, vielleicht mal korrig was nebenbei oder so, mal gucken. Das ist ein guter Meister. Na, nice. So, bein' Aufgabe, bis später. Ja, ja. Das ist ein Laptop da, da geb ich ja ganz hoch Mundo spielen. Ich geh aber AP, ne? Ich geh nicht das Ding, ich glaub ich geh nicht das Support-Item, oder? Hat das nicht bei irgendwem... Nee, auch schon voll irgendwas richtig mit krass... ...healing. Ja, AP. Sonst ist so lange geballert. Nee. Full tank. Oh, ich hatte mal Mundo mit Olaf Old, das ist auch ekelhaft. Ja, und dann noch ne Yuumi drauf, die eine einfach die ganze Zeit hoch halt. Oder Cho'gut Ulti und dann noch größer werden wir alles nicht. Oh, heiho. Schon ein paar geile Möglichkeiten. Ich krieg jetzt bestimmt richtig Rans Ultis. Ich seh's auch, einfach so. Soraka. Oh, Soraka Ulti wär richtig geil. Naja. Das wird keine Healing-Ide. Ja, wobei... Also für dich selbst halt noch. Funktioniert eigentlich schon mal wie Tom Kench. Ich hab mir das immer noch geputzt. Warte, was spiel ich? Oh, S4 Ulti hab ich. Kale Ulti hab ich oder Kragas? Ich hab K... Nimm Kale... Nimm Kale Ulti. Ja, ne? Kale Ulti und ich hab Gwen... Aber S4 Ulti ist auch sick oder nicht? Nee. Nein. Indie drin gecasten einfach das Zeug. Nee. Also Kale ist richtig okay. Aber Kale nützt... Also ja, stimmt. Ja, kann eher... Ich hab Kane, Kha'Zix und Gwen. Nämlich Kane, oder? Oder Kha'Zix für den Invisible. Sag... Kane oder Kha'Zix? Äh... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber Kane bleibt... 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 Juni drin. Was ich hab jetzt gar nichts genommen, was passiert jetzt? Hast echt nichts genommen? Was ist das? Du hast eine ausgewählt am Anfang. Also eine ist schon markiert. Und die ist es dann. Glaub ich. Äh... Ehh... 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 Wait... Auf geht's. Oh mein Gott, ich hab... Ich hab vier... Ich hab vier Sachen geskillt jetzt. Ich konnte vier Skill-Punkte verteilen. Ja, weil du immer mit der Weh anfängst auf jeden Fall. Ja, weil ich hab da dann trotzdem mehr zu wenig. Ich werd doch nicht über die 18 Minuten... Kein bisschen zu verteilen dann. Na doch, ich kann 3 1 Q machen, du. Äh... 5... 6. Ich komm wieder rein. Äh... Wieso kann er das? Äh... Wieso kann er das? Wieso kann er das? Wieso kann er das? Wieso kann er das geändert? Ja... 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 Wißig gar nicht. Wieso kann er das noch nicht mehr auf den Ball? Wieso kann er das noch helfen? und ich heile mich halt mit der w hoch was denn was wird das wie was wird das naja was für ein item glaubst du du bist der damage hey mann Ego ich treff mal die scheiß minions jetzt geht's hier so eine full up die Yumi bist richtig useless und es wird nicht witzig ich sag's ja das wird super witzig das wird richtig scheiße 10 sekunden mach ich noch mal so viel schaden cool aber ich hab jetzt die grand ult hier was macht die grand ult hier das ist das wo du ult tacken musst zwischendrin ne der hat 100 mehr ult ja wie was muss ich autotag und du ultest einmal dann werden die gesloten und dann kriegst du nach vorne das ist wie die alte Irelia ult ungefähr dann musst du einen autotag machen dann musst du einen autotag machen und dann kannst du noch mal ulten dann musst du noch mal ulten dann kannst du noch mal ulten das wird immer mehr willst du mit spells? äh weiß ich nicht ob du auch mit spells geht ehrlich gesagt könnte ich runter rennen eigentlich also ich hab auch keine ult ne ja aber nicht unterm turd ach ja ja also die so viel damage machen wir nicht auch wenn du AP gekauft hast ja aber die machen auch einfach null damage an dir also ja aber der turm schon lass mal besen ne nicht besen was passiert jetzt ich sehe gerade den recording bei mir drin und ich sitze hier drin was passiert jetzt gar nix ich hab keine manne also wir können nichts machen ich hab keine manne na klar warte wie funktioniert das hä was ok ok ich verstehe jetzt nochmal let's go geh rein geh rein doch 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 geh doch rein ich hab doch kein ult oh mein gott ich hab doch kein ult ich hab doch einfach rein geh doch einfach rein ich denke du hast ja hab ich auch aber du bist ja ich dachte du nicht gedacht dass du jetzt noch stirbt oh mein gott das ist jetzt richtig traurig ich bin ich tot dann ist das ausbaufähig hier true ich glaub einen wie überlebe ich noch von ihr hat die Komete dabei ne jetzt nicht es wird in der letzten Ranking glaube ich eben gerade sogar noch mit der Kill die macht fucking viel Schaden ja aber werden sie gleich machen sollen ja du stehst halt nicht drinnen in den also das macht halt wenn sie nicht drin stehst in den aber dann werden wir so oder so gestorben glaube ich ja und irgendwie bin ich so ganz dran gekommen wie ich das geplant hatte und ich bin ich hatte einfach die fucking ich hätte einfach die fucking ich verstehe die ulti nicht von der alten ne von der Gwen ja also wie gesagt du musst halt einmal machen dann slowst du das und du fährst so nach vorne so dann auto attack nochmal auto attack nochmal nice run ja ich glaube ich bin ich mitrede holen so ein idiot ich hab gar keinen mana gleich wieder hm hm aber bleiben wir fast schmau ums botland machen wenn wir nicht alle mit schmau ums meine ich rums nice hehehehe Sorry, ich fuhre nach vorne los. Ich spiel nicht so oft mit Yomi. Aber betrayed. Lass sie mal pushen, dass wir die runterrennen können. Mit Lain aus. Mit Lain voran. Kein W. Noch mehr. Let's go. Okay. Was hat er sich gedacht? Einfach nicht so genau. Oh Leute. Oh, da kommt zu mir. Spiel genug. Okay. Ein bisschen viel Damage. Ah. Ich hab so noch diese Webkarte verloren. Oh no. Meine Heals bringen noch nur 80% im Game Mode steht hier. Meine Shields auch. Ah. Grund wohl abwärts zu gehen. Ja sicher. Ich hab jetzt auch wieder Ulter. Hm. So die Dinge zu. Naja. Was hast du jetzt für eine Ulti-Retikin? Das gesagt, ne? Ja. Aber ich hab's gerade eben schon wieder verkackt. Ich weiß irgendwie nicht. Ja du musst halt voll aufdrücken. Jo. Ja. Lass. Lass mal die Wave. Ja. Er pusht das sowieso. Naja. Ach Gott. kann man rand so eine weite range ich glaube können ja ich glaube auch und das ding so ja okay ein bisschen zu lieb ja komm herrg raus geh raus geh raus kommen raus nein wie sie alle braucht ein wird warte dachtest du gerade dass er im gegner ist nein also wirklich nicht ich habe schon gesehen aber irgendwie weiß ich habe uns da nicht nicht mehr gesehen auch gefallen dass das erscheinungszeitung von juni von jubi und das erscheinen des virus ziemlich nah beieinander liegt würde ich nicht ausschließen weil du gerade gemeint dass du brauchst eine wirt ja schon doch das sind deine gedankengänge die du hast vor allem so fünf Minuten später ja das ist halt echt so perfekt ich kann gleich wieder drauf dann können wir die hart killen was nice mein kill mit der carry hier unten was hat ich wirklich raus jetzt was fast wie connect ich hatte ja da meine übelste hype in ich hätte den kill bekommen wenn ich nicht gedisconnect wäre also wir werden so gekillt also ja ja alles gut ich wir rennen ja ich push die minions wir gehen raus wir gehen raus wir gehen raus wir gehen raus wir können die fighten let's go ich komme ich kann mich nicht ich brauche noch ein bisschen man muss die ließ sinn die ließ sinn ult für den safe ehrenmann mal rein chatten schwierige nummer alter hielken hielt es mir ab ich kann es für nie ja die hatten keine ahnung dem zwei heels gehabt auf jeden Fall bot lane plus sylas w sylas hat immundo gold noch genommen ja war ein bisschen disgusting ja warte wie hast du jetzt überlebt ich habe eine lee sin ult abbekommen jetzt habe ich den lee sin zum lee sin geschrieben danke aber es war gar nicht lee sin und zwar der side ist mit der lee sin ulti oh what the fuck ich wollte zwei lee sin ulti haben hä ja der drach ist doch wieder ab ich glaube der wird direkt wieder verloren hätte ich den ulti gehabt glaube ich dann wäre es auch sick gewesen ja man oh ja might be dead hier fucking ari holt auf die sin alter ach jetzt machen die harald are you kidding me schwierig ok der tarak steht auch leise hm 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 wo ist eigentlich meine katze? ach tot ich bin dead warte ich bin eine biene naja ich bin eine biene was ist oh das war ein bisschen früh die ult ne die wollte ich auch nicht so nehmen na hä das q hatte ich nicht getroffen ey neo legends also ich komme warte alles gut ich bin nicht so oh ja wee 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 oh wow danke ja die bringen so viele heals das kostet doch nur irgendwie 324 mana das alt das heal er ist ja nicht so dass du loonest gegangen äh wie andere scrapping jetzt was sind das denn ja ist doch egal ich habe trotzdem 80% wd er hat nur 80% healing hallo zu langsam ich habe keine bühne da du gehst weg danke schwierig ist ja also er weiß ich du warst irgendwie in ihm nicht in mir ja das war irgendwie blöd gerade ich habe ihn über den rachen gestochen da wurde ich ausgespuckt ich komme gerade nicht ich will doch mal ganz kurz Zeit für die 5er Boots Yumi what können wir sein ok ne wait wir sind hier im Stream dann darf ich niemanden Junker flippen ja ich habe 10 Sekunden auf Ulti dann kann ich rein rein ja 10 Sekunden auf Ulti dann kann ich rein rein ja 10 Sekunden auf Ulti dann kann ich rein rein ja ist ok Ulti nein f*** dich ah ja das ist wenn man einfach rein rein warum ne das war die Yumi warte was ich habe Blitz gemacht du bist sogar noch live ja weil ich ein guter Spieler bin oh my god hat er dir jetzt noch schade oh nein ja schon irgendwie für das bisschen der Damage ja ja ich konnte da nix machen weil wie gesagt die Yumi hat mich ein bisschen gecathed entfällt ich habe da gar nichts gemacht wenn du geinsteckt wirst du gleich aber nix entfällt oh ich habe gar nix gemacht gar nix gar nix oh nein du hast mir echt guten Damage oh man schade schade ich kann es wachsen jaja ich bin da aufgeklärt ach ich kann mich nicht bewegen warte ich komme auf dich warte magic dik jetzt go spring über irgendwelche Sachen drüber Alter, jetzt kann ich ja nicht drüberspringen. Als ob der auch so eine Kack-Ult hat. Nein, warum? Warum? Ich bin AP. Ich bin fast die einzige AP-Quelle hier in diesem Game, das ist wichtig. Warum willst du jetzt auch noch das kennen nehmen? Ich hab's doch gar nicht bekommen, was willst du von mir? Ein Mann, der kann ja einfach raus, das ist ja richtig Cancer. Ja, allein für den Verzug. Komm mal. Jannis, 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 Jannis ist einfach Troll. Ich hab ADC gepickt. Ja, dann, das ist mich für eine AD-Spinz, dann scheiße. Bau, bau AD wenn du ADC kippst. Komm ich, komm ich, komm ich, komm ich. Und ich habe Heals. Oh, das ist nicht so viel, irgendwie. ich habe auch irgendwie komplett umgebaut ich weiß nicht meinst du ich hätte ich habe ich hätte mir dax hier und so wie es ist ja auch nicht nicht der ich sag mal so ich glaube hätte ich leandries gebaut hätte es mehr damage gemacht als das weiß ich nicht so genau hey außerdem damit ja okay da ist 400 ja weil du 17 ich hab's noch nicht so lange als item so wo es wo auf wen kann ich mich setzen vielleicht ist auf den da weil der probleme schwierig kommt ich kann an dich die rommel wo jetzt einfach runter da wie finde ich jetzt das go auf geht's so weiter weiter geht's ja ich denke das ich denke by the way jan ist denkt das macht aber richtig wilde place da meiner wo bin ich überhaupt auf dem sitze ich gerade ich habe bitte mich nicht aufgeben was der ding ist und noch das habe ich mir gar nicht mit gerechnet grad ich bin voll live oder ich habe mir nicht mehr um mich toll es ist aber richtig kann ich ihn haben ich mach mal autotax dazu hat Spaß nein machst du nicht geh weg hm ärgerlich ich hatte auch okay die ulti vergete ich bin die ganze zeit nicht dran hm 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 das ist jetzt ärgerlich ist ja schade das tut mir leid ich hole mir jetzt sogar stuff of flooring water also jetzt geht's ab jetzt los ich habe jetzt zwei kommen ich habe schon 2250 schaden gemacht damit mit dem beide ich habe beputiert irgendwie der mitte gespielt einmal ich habe euch gefolgt kommt samuel die wollen ja nicht Ja, oder? Okay, run, ich tanken. Weiß nicht, ob das sonst noch was gekriegt ist. Ja, wir kriegen das easy hin. Ja, 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 ja. Teammates innen halt lieber. Ihr könnt ja mal 39 Sekunden warten, mobiler live. Ja, nö. Der geht auch gar nicht mehr ein, wenn ich ehrlich bin. Mach danach noch den Dragon. Nö. Der Gegner wird machen. Mhm. Ui. Ja, da kann ich dir weniger helfen. Was ist mit den... Damit die überhaupt nicht sehen. Was ist mit Carsten los? Hallo, du lebst noch? Ja, er hat Wände, also. Ah, schwierig. Okay, er hat immer noch Wände. So, der Score, ich bin auf dem Weg nach unten. Wow, ich hab gedacht, ich bin tanky, dann kam der Joghurt. Der Joghurt hat einfach ein Item... What? Er hat ein Item weniger als ich. Dann haben 2.000 AP mehr. Und jetzt er hat eine Item weniger als ich hab... Oh, das kann doch mal... ...hier. Das ist mein Team. Rezeptor! Das ist mein Team. Das ist mein Team. Das ist mein Team. Das ist mein Team. spielt so so komplex ja es ist eigentlich prozentual wenn dieser wenn der damage runter tickt von von der komischen baron dragon was auch immer da kann der jogger der ewig leben weil wir bin ich jetzt drin ich bin hier sei gerade ganz wird aus irgendwie können man aber jetzt ich kann nicht mehr hier zumindest und warum macht die damit und das war irgendwie zu geil gar nicht dass wir reinhauen ich habe kein mauer mehr die weiterverkauf ich noch mal run no warte mal noch ulti und ich habe keine ult mehr genau wusste ich nicht ich sehe ich jetzt erst den namen vom fucking showguard alter was ist denn mit manchen menschen falsch da war das item was einfach ist gerade gekillt hat das hat den Sieg geholt. Let's go. Passi, was cool war, muss. Tschüssi. Vollig stoßlich, gell. Was ist damit hier? Ah, jetzt hab ich grad mal 3.000 Gold. Ah, sag's. Am Ende. Wir verlieren. Ja, it's close. Ah, naja, gut. Ah! Eiii. Das ist so ein Assi. Hat er mich mal da hingelassen. Hehehe. Einfach völlig gut. Ich bin auf dem Damage gespannt. Das muss das sein. Also ich bin auf dem Damage gespannt jetzt. Oh, jetzt. Ah, du hast echt mehr Damage gemacht als ich. Nicht viel, aber... Ja, ich war ja auch der Carry, ne? Ja, das ist klar. Ja, ja, ja. Okay. Ja, dafür gibt's ein Like. Das war das. Hat sich verdient. Ich hab einfach mehr Damage an Gegner gemacht als an Minions. Ja. Wow. Ja. Ja, verrückt. Ja, verrückt. No, ey. Ja, gut. Wie sollst du noch eins oder was das? Mh, musical. Okay. Können auch noch einen Normal spielen, wenn ihr wollt. Oder so. Was wird noch nach Wilmen nach vorne, ne? Warum ist noch immer nach vorne? Achso, um deinen Kanten. Ja, wirklich sehr. Hätte ich... Es ist ja jetzt was gesagt. Hätte ich eine mitgenommen heute und äh... Ich hätt jetzt einen Oberweißbau, wenn ihr es nachbauen könnt, oder ich hätt den vorbeigebracht oder so. Ah ja, egal. Ich glaub, ich fällt gleich unten. Ja. Ja, ich glaub, ich bin auch raus. Also. Dann... Woll ich mal sagen, warst du das in dem Stream für heute, oder? Nö, wir können auch noch spielen, mir ist egal, wie du willst. Warte mal. Aber wir können auch einfach so noch spielen, ohne den Stream, oder... Bäh, mit mir ist urscht. Ich würd' auch... Ich würd' auch... Es sind grad sechs auf Twitch auf jeden Fall, außer... Ich muss mal aktualisieren. Ich... Ich ver- ich vergesse immer, dass uns dann Leute zuhören sind. Mhm. Ja, alles gut. Du hast, glaub ich, nichts verfassungsfeindliches gesagt. Alles... 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 Also dieses Corona, ne? Da halte ich hier gar nix von. Und hüpfen lässt. Oha, okay. There we go. Cut, 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 cut. Das ist... Auf... ...gates oder irgendwas woanders. Hm? Was hast du...